Ja, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weißnichts Welt und nach langer, langer Zeit mal wieder mit einer Folge von Zeig mir dein PV-Angebot. Da müssen wir mal ein bisschen die Vorgeschichte klären. Also heute geht es um den Markt und wie sich ja alle erinnern werden, habe ich Anfang Januar, ich verlinke das hier oben auch nochmal, so eine Sondersendung gemacht über die Horror-PV-Preise. Und der Marc war einer der Gründe dafür, der hatte mir nämlich auch ein paar Angebote gesendet und ja, die gesalzen waren. Marc ist am 11.1. sozusagen in meine PV-Beratung reingeschneit. Ihr wisst ja über die Mitgliedschaft, ich baue PV, kann man bei mir Hilfe bei PV-Angeboten sich erbitten und vielleicht auch Hilfe bei Solateurs suchen und, 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 und. Und der Marc, der war am 11.1. verzweifelt genug, diese Mitgliedschaft zu abonnieren und wollte auch ein bisschen länger drinbleiben. Ich hoffe auch, dass er noch ein bisschen länger drinbleibt und mich noch ein bisschen mit unterstützt, sagt er. Oder er wollte mich noch ein bisschen unterstützen, wenn er noch ein bisschen länger drinbleibt. Das werden wir mal sehen. Gut. Nun war ja die Frage, konnte ich Marc helfen oder nicht? Oder das ist ja die heutige Frage. Natürlich konnte ich Marc helfen. Das war aber auch noch ein bisschen witzig, aber da komme ich gleich noch drauf. Wir gucken mal zuerst. Marc hat mir ja Bilder, ein Bild, ein einziges Luftbild von seinem Haus geschickt. Er hat mehrere Luftbilder geschickt, aber es nützt ja nichts, mehrere Luftbilder vom gleichen Haus zu sehen. Dann sieht man, das ist auch so ein, ja, so ein total verwinkelter Bau. Es ist nicht so ganz einfach, da PV drauf zu bauen. Andersrum ist es auch keine kleine Fläche, also man kann da schon was drauf kriegen. Und, äh, nun gut. Der, das Lustige ist dann halt auch der Zählerkast. Da muss ich mal gucken, ob ich den halbwegs drauf kriege. Ich werde den nochmal, ja, ihr könnt es eigentlich sehen, aber da seht ihr. Also schon zwei Zähler drin, Wärmepumpe, hier RSE für die Wärmepumpe, Wärmepumpenzähler und Hausstromzähler. Es ist also schon ein bisschen was verbaut. Das Gute daran ist, er hat schon den, äh, Zwei-Richtungszähler, also für die PV muss er dann nicht auf einen neuen Zähler warten. Der ist da schon drin, das ist schon mal gut. So weit, so gut, ja. Also, wie fing das an? Marc, äh, war ein bisschen verzweifelt so, kannst du mir helfen? Und, und ich hab da PV-Angebote. Und, äh, die sind nicht so ganz günstig. Und da wollte ich euch mal so ein bisschen zeigen, wie der, wie der Horror begonnen hat. Also auch für mich ein bisschen Horror, weil ich meine, ich muss ja, wenn ich helfen will, irgendwo eine Grundlage haben. Und da war es nicht so ganz einfach. Jetzt müssen wir mal gucken, welches wir zuerst nehmen. Und zwar zeige ich euch jetzt einfach nur die letzten Ziffern sozusagen. Also hier sieht man den Nettopreis, eine, äh, eine Umsatzsteuer, die da noch drin ist, obwohl die Angebote vom Januar sind. Und, äh, dann den Nettopreis. Also er müsste dann hier zahlen. 42.488,37. Nun ist ja, naja, 42.800 Euro. Nähe München. Für eine 50kw-Anlage. Super Preis. Aber es ist in Schleswig-Holstein. Das ist schon mal das Erste. Und es sind, tada, 13,86 kWp. Und 10,5 kWh-Speicher. Äh, ja. Also das war der erste Horror. Boah, äh, ich denke, das kann man nachvollziehen, dass das ein bisschen Horror ist. Dann kommen wir zu einem anderen Angebot, das er bekommen hat. Da finde ich auch lustig, hier steht Solaranlage inklusive Mehrwertsteuer. Und das hatte ich ja in dem Video angesprochen, dass die Mehrwertsteuer komplett eingepreist ist. Dieser Anbieter macht es also wirklich sehr schön. Er hat also Solaranlage inklusive Mehrwertsteuer 30.000 Euro angeboten. Stromspeicher 9.155 und Zählerschrankarbeiten 1.477,40. Kommt dann auf 40.312,59 Euro im Auftragswert zuzüglich 0% Mehrwertsteuer. Also die 0% Mehrwertsteuer ist hier schon inkludiert. Ist das nicht schön, dass das hier schon gleich die endgültigen Preise sind? Ich meine, ganz ehrlich, für mich ist das irgendwie Volksverdummung. Weil was jetzt die Auftragswert 2, 19% Mehrwertsteuer, keine Ahnung. Habe ich jetzt gar nicht mehr nachgeguckt. Also die Mehrwertsteuer ist immer noch 51,09 Euro. Also alles in allem, das ist dann schon im Prinzip der Endpreis. 40.632,95 Euro. Und auch hier ist natürlich die Leistung interessant. 15,96 Euro mit 12,8 kWh Speicher. Ja, ist auch jetzt nicht ganz der Schnapper. Wollen wir es mal so sagen. Also, ja, ich weiß nicht. Also, ob das jemand unterschreibt. Ja, leider unterschreiben es welche. Sonst würden sie es ja nicht anbieten. Ja, traurig irgendwie, ne? Und übrigens sehe ich sowas auch noch teilweise in den Kommentaren, dass noch Leute stolz sagen. Ich habe hier 16 kWh Peak mit 12 kWh Speicher gebaut und habe die für, keine Ahnung, 40.000 Euro gekriegt oder so. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, seid da bitte nicht stolz drauf. Sowas sollte mit 30.000 Euro zu machen sein. Also, überzahlt ihr da eigentlich 10.000 Euro. Das ist nämlich genau das, dass eigentlich dieser Preis, also, das wäre eigentlich so der Ziel. Aber dann eben der Stromspeicher inklusive und nicht nochmal obendrauf. Ja, gut. Also, wie gesagt, es gibt ja wirklich Leute, die dann auch selbst schon gar kein Verhältnis mehr zu den Preisen haben. Es gibt natürlich auch noch schlimmere Preise. Beziehungsweise, es gibt Preise, wo man dann sagt, naja, ist auch wieder eine Geschichte. Das ist eigentlich der gleiche Preis fast. Der Speicher ist etwas kleiner. Es ist dann ein E3DC-System. Ja, gut. E3DC braucht sehr viel Strom. Würde ich nicht einbauen und rate ich auch allen meinen Zuschauern von ab. E3DC zu verbauen, weil die eben einen sehr hohen Eigenstromverbrauch haben. Und die haben auch noch andere Probleme, und zwar mit Verschattung. Und nun erinnern wir uns nochmal ganz kurz an das Bild vom Anfang. Na, habe ich es noch hier? Das berühmte Bild vom Anfang. Genau. Der schöne verwinkelte Bau. Da hat man also ständig irgendwelche Schatten. Man sieht es ja sogar hier, dass das jetzt gerade im Schatten liegt. Das ist die Westseite wohl, genau. Und, äh, ja, so, ja, nee, nicht so, nee, nicht so. Und, äh, logischerweise ist dann E3DC ein bisschen im Nachteil, weil die mit Schatten nicht ganz so gut können. Ich weiß jetzt nicht, ob in dem Angebot, ob die Mira drin waren oder nicht, aber im Endeffekt, man sieht dann hier, kommt er hier auch wieder mit 19% Mehrwertsteuer. Auch von diesem Jahr das Angebot. Und, ähm, kommt dann auf 50.774 Euro und rechnet dann die Mehrwertsteuer hier unten nochmal, beziehungsweise noch ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, wie er das Wasser da jetzt noch mehr rausgerechnet hat. Mit 9.647 Euro, 20, das wäre die erwartete Steuerersparnis. Ja, hat er irgendwie andersrum gerechnet, keine Ahnung. Eigentlich ist das Schwachsinn, weil die Steuerersparnis, er muss ja hier die Mehrwertsteuer wegstreichen, also kann er nicht andersrum 90. Er hat jetzt hier 19% von der Summe gerechnet, ist eigentlich sogar falsch. Also eigentlich, äh, ja, gut. Jedenfalls kommt er nun auf 41.127 Euro zu bezahlen. In Wirklichkeit wird es also ein bisschen mehr sein, weil er muss ja einfach nur diese zusammenzählen. Also da hat er, hat der, wer hat der Herr Solateur auch noch einen kleinen Rechenfehler drin. Er kann nicht 19% der Endsumme gut schreiben, er muss, äh, die 19% auf 0 setzen. Aber gut. Naja, rechnen, wie gesagt, ihr wisst ja, die, die in Mathe ganz hinten gesessen haben und immer mit ihren Kumpels gespielt haben. Egal, also hier sind wir bei 41.127, werden wohl 42.000 sein oder 42.600 in Wirklichkeit. Auch kein Schnapper, muss man einfach mal so sagen. Gut, das waren die Angebote, die der Markt bekommen hatte bis dahin. Und, ähm, ja, dann passiert eigentlich was Witziges, weil wenn, äh, die Leute mir solche Angebote schicken und ich dann sage, weißt du was, die kannst du alle vergessen, dann, ähm, kommt meistens von meiner Seite, aus eine kleine Liste von Adressen von Solateuren, Installateuren, die in der Nähe sind und die schon mal gute Preise gemacht haben. Also ganz oft auch aus meinem Erfahrungsschatz aller anderen Planungen. Denn ich habe ja, bevor ich mit diesem Ich-Bau-PV-Programm begonnen habe, ja auch schon einige hundert PV-Anlagen mitgeplant. Da habe ich das ja noch gratis gemacht und da hat man natürlich sehr viele Adressen auch gekriegt und gesammelt und weiß schon, Installateure in manchen Gegenden, die einigermaßen gute Preise machen. Und, äh, dann hatte ich ihm eine Liste geschickt mit den Adressen, die er also alle mal anfragen sollte. Und, naja, wie gesagt, es war alles Anfang Januar, das ist noch nicht mal ein Monat her. Und, äh, ja, dann kam es zu was Lustigem. Er hatte mir dann geschrieben, ja, die eine Adresse, die kennt er schon, der war bei ihm, hat ihm aber irgendwie kein richtiges Angebot gemacht, äh, weil der sich jetzt irgendwo mit einer dieser übergeordneten Firmen zusammengeschlossen hat. Kennt ihr ja auch. Das ist übrigens eine kleine Pest, in Anführungsstrichen nicht unbedingt, aber eine kleine Pest, dass, es gibt jetzt diese, diese Franchise-Geschichten, dass also es große Einkaufsgenossenschaften sich bilden, ja, Genossenschaften sind das ja gar nicht, das sind so Firmen, die also die Sachen in Mengen einkaufen und die verteilen das dann auf ihre Franchise-Partner dafür, nutzen die Franchise-Partner denn sozusagen diese, diese Firmen, äh, Bezeichnungen und dergleichen und so fort und diese ganze Angebotstechnik, die die haben und, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das, sie treten dann halt irgendwie als, als andere Firmen auf sind, aber eigentlich die Installateure von früher. Das Problem dabei ist meist, dass diese Franchise-Geschichten die Anlagen teurer machen. Und wie gesagt, und in dem Fall war es sogar so, dass er also von dieser Firma dann gar kein richtiges Angebot mehr gekriegt hat oder er hatte eins gekriegt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es gewesen ist. Marc, wenn du es liest, kannst du mal drunter schreiben, hattest du von denen schon eins gekriegt oder was war da? Er hatte, glaube ich, eins, doch er hatte irgendwas mit einem Fronius-Wechselrichter oder sonst irgendwas und da ist ja das andere. Ich meine, ja, Fronius, ihr wisst ja, der Fronius-Symnogen24 ist, hat ein großes Problem. Er ist halt der Rasenmäher unter den Wechselrichtern. Und den kann man halt nicht irgendwo aufhängen in einem Wohnbereich oder irgendwo in der Nähe eines Wohnbereiches, weil, ja, da kriegt man dann, kriegt man dann irgendwann im Kopf oder so zuletzt, weil das Ding halt immer am Rödeln ist. Also es betrifft wohl nur diese Symnogen24-Serie. Ob das noch heute bei den Neuen so ist, kann ich auch nicht mal sagen, aber ich habe jetzt inzwischen in einigen Videos von einigen Kollegen und Zuschauern schon einige genau von diesem Modell gehört. Und wenn die in Arbeit sind, dann sagen die das auch deutlich. Das ist ja, wenn das im Hauswirtschaftsraum irgendwo hängt, alles kein Problem, aber im Wohnbereich grenzwertig. Und dann hatte ich so ein bisschen auch noch dieses Dach im Kopf. Und bei diesem Dach, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bei diesen ganzen Ausrichtungen zur Vereinfachung schon direkt an SolarEdge gedacht. Weil, wenn man, da sind ja drei, vier, fünf, sechs verschiedene Winkel möglich und, 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 und. Und das ist wirklich ein klassischer Anwendungsfall von SolarEdge. Also SolarEdge bei Verschattung, was ja immer viele denken, braucht ihr nicht. Aber SolarEdge ist halt ideal, wenn man so ein Hausdach hat, wo man so viele verschiedene Winkel hat. Und das ist dann der Vorteil. Ja gut, wie komme ich jetzt zurück auf diesen Installateur? Also er hatte mir ja gesagt, der Installateur hätte ihm kein Angebot gemacht. Hatte ich aber gesagt, dann frage ich ihn nochmal, weil der eigentlich bisher immer einigermaßen günstig war, also eine gute Arbeit gemacht hat bei meinen Zuschauern. Und bei zwei Zuschauern hat der gebaut. Und er hat auch beide Male, ja günstig, aber preiswert, preiswert ist immer ein schönes Wort, abgeliefert, sodass man sagen kann, da kann man einfach mal fragen. Gut, und da kam dann dieses Angebot bei raus. Da sieht man hier schon 40 Module, 4,15, äh, 0,415 KWP, also 415 Watt Peak. Ergibt also schon mal 16,6 KWP. Und dann sieht man hier drunter schon direkt SolarEdge-Optimierer. Ja, es wird eine SolarEdge-Anlage. Dann hier die, äh, also das Auftrag, Montagematerial, so Schienen und dergleichen. Und ich gehe auch gar nicht auf diese Einzelpreise an. Natürlich ist irgendwie, ist das immer eine Frage, kostet das wirklich 73,96, so ein Modul festzumachen? Äh, es ist auch nicht entscheidend, es ist auch nicht entscheidend, was hier das Modul kostet. Denken immer viele, oh, der nimmt ja fürs Modul viel mehr. Ja, dann hat er vielleicht woanders wieder was runtergerechnet. Im Endeffekt zählt immer der Preis, der ganz unten steht. Der ist für uns letztlich wichtig. Und dann hat er, wie gesagt, hier die, äh, den SolarEdge-Wechselrichter. Und, äh, eine BYD-Box soll dazukommen. Kann man dann hier nochmal eben so ein bisschen, wenn ihr denn die Einzelpreise sehen wollt. Der Wechselrichter kostet eben 3.750 Euro sozusagen, äh, ist ein 10kW-Wechselrichter, obwohl das eine 16,6kW-Pier-Anlage ist. Bei den ganzen Winkeln ist das kein großes Problem. Das wird er also aushalten müssen und können. Man muss ja bei dem, äh, SolarEdge auch immer sehen, dass man genug Spannung in jeden String kriegt, damit das Ding überhaupt vernünftig läuft. Ähm, ist bei so vielen Winkeln gar nicht so einfach immer. Dann kommt, kriegt er eine LVS-Box. Das liegt daran, dass das SolarEdge hier nur 48 Volt Batterien unterstützt. Also eine, das hat ja 50 Volt, die, äh, die LVS. Oder 51,2 steht hier. Und, äh, er könnte sich auch noch mit 12kWh haben. Das kostet natürlich mehr. Acht ist natürlich bei einer 16,6 Anlage ideal. Halbe Größe, sag ich ja immer. Halbe Größe der PV, die Anlage. Und, äh, ja, das SolarEdge, SmartMeter natürlich, Anschluss und, und, und. Und dann habe ich jetzt mal, äh, den Kleinkram überflogen, einfach über, überrumpelt. Also Montage und so ist er natürlich noch dabei. Und dann kommen wir auf die Netto-Summe 26.869,19 Euro. Ähm, kommt, steht hier die Mehrwertsteuer noch drin. Ich verstehe auch gar nicht, warum die, äh, Solatür ihre Mehrwertsteuer noch nicht auf 0% gesetzt haben bei den Rechnungen. Und dann würde hier eine 0 stehen. Naja, gut, egal. Er zahlt natürlich das hier. Und dann zahlt er noch nicht mal das hier. Er hat nämlich mit dem Installateur noch ein bisschen verhandelt. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, naja, die Mitgliedschaft weiß nichts, Welt, ist ja auch nicht umsonst. Da muss ich noch woanders was raushandeln. Also kriegt er das Ganze pauschal für 29.500 Euro. So der Speicherpreis denn hält. Weil der, es wird im Sommer erst montiert. Und der erste Installateur noch nicht ganz sicher, ob er den Preis dann halten kann. Dann kann ja theoretisch sogar sein, dass es nochmal etwas günstiger wird. Okay, an das etwas günstiger glaube ich nicht wirklich. Das ist meistens so, wenn diese, wenn diese Handwerker einem ein Angebot gemacht haben, dann fällt denen höchstens ein, was noch ein bisschen mehr kostet am Ende. Es fällt denen selten ein, was sie dann noch preisgünstiger oder was sie noch preiswerter gestalten könnten. Das ist leider so gut. Also ich habe dann im Endeffekt, wenn man so überlegt, es war natürlich eine glückliche Fügung, dass gerade der Installateur schon mal sogar wohl vor Ort war und irgendwann schon mal ein nicht so passendes Angebot abgegeben hatte oder überhaupt irgendwie das schon im Petto hatte. Und so ging das dann relativ schnell und dann eben auf SolarEdge geswitcht, weil der Fronius-Wechselrichter ist das wirklich nicht. Und SolarEdge ist natürlich ideal bei dem Dach, muss man ehrlich sagen. Also bei verwinkelten Dächern ist das das richtige System. Ich meine, ich sehe das oft, dass es in Angeboten steht, wo ich überhaupt gar keinen Sinn darin sehe, das zu verbauen. Aber bei so einem Dach ist es natürlich sinnvoll. Hat auch den Vorteil, man kann auch mal irgendwie ein 90-Grad-Modul damit reinklemmen oder später ein paar mehr. Gut, klar, an den vielleicht nicht mehr, weil das schon ziemlich ausgereizt ist. Aber im Endeffekt ist das schon passend. Gut. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu tun, rechnet sich das Ganze überhaupt? Das ist ja jetzt die Frage. Da muss ich gleich auch noch mal was zu sagen, aber ich würde es mal eben versuchen. Gucken wir mal eben. Genau, ich habe jetzt hier noch mal eine Abrechnung gemacht wieder. Also der Mark, was ich gesagt habe, er zahlt 29.500 Euro für die Anlage. 16,6 kWp Dachleistung, 8 kWh Speicher. Der Installateur sagt 800 kWh pro kWh Peak, beziehungsweise ich sage, er wird ca. 800 kWh pro kWh Peak ernten. Davon ist auszugehen, wie gesagt, so ziemlich fast alle Himmelsrichtungen, nur nicht Norden und dann sollte das wohl klappen. Die Ertragsprognose kommt sozusagen bei 13.280 kWh raus. Er zahlt für Bezugsstrom jetzt 29 Cent. Er hat auch noch einen Wärmepumpentarif, der witzigerweise teurer ist als 29 Cent. Und die Frage nach einer Gaskadenschaltung hat sich also direkt erübrigt, weil man für eine Gaskadenschaltung nochmal so 600, 700, 800 Euro rechnen muss. Ist natürlich völliger Unsinn. Der Wärmepumpenzähler und der Rundsteuerempfänger kommen natürlich raus. Und er bezieht dann zukünftig alles für 29 Cent, beziehungsweise wenn der Versorger teurer wird, kostet es halt mehr. Aber jedenfalls hat er nur noch einen Tarif. Und dann kann er die Wärmepumpe auch direkt über seinen Hausstromzähler nutzen. Sollte es irgendwann die Geschichte geben, habe ich ja auch schon mal angeteasert, dass die Wärmepumpentarife Abgaben freigestellt werden, das kommt ja irgendwann, dann kommt natürlich sicherlich irgendwann das intelligente Messsystem bei ihm. Logisch, das wird dann vielleicht Sinn ergeben, dass man dann die Wärmepumpe vielleicht wieder mit einem Extratarif fährt. Muss man mal sehen. Ich weiß noch nicht genau, wie das nachher ist, ob, wie das mit der Zählung ist, ob dann auch so versorgt wird und nur zu bestimmten Zeiten dann die Wärmepumpe billiger und ob das überhaupt machbar ist, das müssen wir dann alles sowieso mal sehen. Das ist noch gar nicht ganz raus, wie sich das über das Smart Meter Gateway intelligente Messsystem dann am Ende rechnet. Gut, Vergütung kriegt dann natürlich das Osterpaket. 8,2 Cent bis 10 und darüber 7,1. Bei ihm ergibt das 7,76 Cent Vergütung pro Kilowattstunde. Kilowattstunde. Er hat einen Hausverbrauch von 3.800 Kilowattstunden pro Jahr und einen Wärmepumpenverbrauch auch von 3.800 Kilowattstunden im Jahr. Wobei ich mich da ein bisschen frage, warum er so viel Heizungsenergie verbraucht. Ja, ist die Frage, ob da noch andere Optimierungen möglich sind. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange er da schon wohnt. Wir haben da jetzt auch nicht direkt drüber gesprochen. Vielleicht ist das auch nur eine Schätzung und er hat das so grob geschätzt. Aber da kann man, glaube ich, da müsste eigentlich noch was runtergehen irgendwie. Vielleicht mal die Vorlauftemperatur prüfen, ob die zu hoch ist oder so. 5 Grad weniger beim Vorlauf und lieber ein bisschen die Heizungspumpe höher drehen. Das macht oft viel aus. Gut, also Eigenverbrauch aus der BV. Er hat dann 64% Autarkis in 4.864 Kilowattstunden und Eigenverbrauch mit Wirkungsgrad 5.486,59. Direktverbrauch hat er hier 1.751,04. Und durch die Einspeisung wird er noch, er hat dann noch eine Restanspeisung von 7.793 Kilowattstunden. Durch die Einspeisung wird er 605 Euro gut kriegen im Jahr. Wenn er, wie gesagt, nur EEG macht. Er könnte ja theoretisch auch direkt vermarkten. Bei 7.800 Kilowattstunden kann sich das schon langsam lohnen, das noch direkt zu vermarkten. Aber kommen wir gleich auch noch drauf. Der Eigenverbrauchswert ist natürlich das Entscheidende bei ihm. 1.410,56 Euro. Und im Jahr hat er dann einen Ertrag von 2.015,54 Euro. Über 20 Jahre 40.310,70 Euro. Über die Laufzeit ein Gewinn von 10.810,70 Euro. Muss man ein bisschen relativieren. Wenn der Speicher, der Speicher wird wahrscheinlich eher nicht aufgeben, aber vielleicht der Wechselrichter, dann geht hier der Gewinn natürlich noch ein bisschen runter. Und die Amortisationszeit ist 14,64 Jahre. Gut, wo muss ich noch ein bisschen relativieren? Also er hat ja 7.800 Kilowattstunden noch Resteinspeisung. Und da muss ich ein bisschen relativieren. Er plant also noch in 2024 wahrscheinlich ein Elektroauto anzuschaffen. Also es kommt wohl dann irgendwie tonusmäßig hin, dass dann mal wieder ein anderes Auto fällig ist. Und dann möchte er gerne ein elektrisches Auto haben. Logischerweise ist dann natürlich wieder die Frage, Direktvermarktung, wenn das dann noch mal weniger wird, also er noch relativ viel von dem Strom eventuell in ein Auto lädt, dann diese ganze Direktvermarktungsgeschichte, da werde ich auch demnächst noch mal ein ausführlicheres Video drüber machen, lohnt sich natürlich immer nur dann, wenn man relativ viel Strom zu vermarkten hat. Weil man hat ja gewisse Fixkosten, also den teureren Zähler und die Anmeldegebühren und die anderen Gebühren. Und die muss man ja immer erst mal wegdengeln durch die Einspeisung. Sodass, wenn man nur 1000 Kilowattstunden im Jahr einspeist, kann man es auch im EEG lassen. Das ist dann meist sogar günstiger, weil man sich eben auch den teuren Zähler spart. Muss man nochmal dazu sehen. Also da wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Aber da, wie gesagt, muss ich demnächst auch noch mal näher drauf eingehen. Auf diese ganze Geschichte kommt auch alles. Ja, ihr wisst ja, ich bin ja so ein bisschen mit Luminasa immer in Verhandlungen und ein paar Sachen laufen da auch hinter den Kulissen noch. Und da müssen wir mal abwarten, was da am Ende von kommt. Und ja, dann können wir vielleicht auch bei diesen Angebotsgeschichten mal überlegen, wie es denn wäre, wenn jemand direkt vermarktet. Weil es ist klar, so lohnen sich die Anlagen immer mehr über den Eigenverbrauch. Und wenn man diese Überschusseinspeisung teurer verkaufen kann, dann lohnen sie sich halt auch wieder durch die Einspeisung. In diesem Fall ist es natürlich so, der Speicher zieht es ein bisschen runter. Aber ich kann ja die Leute auch nicht vom Speicher wegbringen. Die wollen es ja alle und auch Marc will einen Speicher. Und ja gut, dann ist es eben so. Kann er ja auch machen. Aber wie gesagt, es ist da noch ein bisschen Luft. Weil das E-Auto kommt noch dazu. Das E-Auto wird die Amortisation der Gesamtanlage nochmal wieder erheblich verbessern. Wir haben Pumpe Hada schon. Ist also auch schon ein kleiner PV-Stromvergolder. Für die jetzige Zeit, für das, was er angeboten hatte. Dann könnt ihr auch im Nachhinein mal sehen, wie sich das wohl gerechnet hätte mit den anderen Angeboten. Nämlich nie. Für diese ganzen Umgebungsbedingungen, denke ich, ist das schon ganz gut gelaufen. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt mal dran, dass ihr den Kanal abonniert, dass ihr nochmal solche Videos zu sehen kriegt. Und was immer wichtig ist, wenn der Kanal abonniert ist, nicht vergessen, die Glocke zu drücken, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn neue Videos kommen. Ganz wichtig. Und das Video natürlich Daumen hoch, Daumen runter. Ich fand das alles ganz interessant mit Marc. Ich habe ja einige Leute im Moment in der Ichbau-PV-Mitgliedschaft, die ich berate. Bei Marc ging es halt wirklich super schnell. Weil es ist schon so, dass man ganz oft sehr, sehr viel Geld da einsparen kann, wenn man sich ein bisschen beraten lässt. Und ja gut, wer das nicht will, der spart, denke ich, am falschen Ende. Das muss jetzt nicht bei mir sein. Es gibt auch andere Beratungen. In irgendeiner Form auch hier Martin von Gewaltig Nachhaltig grüße ich auch. Macht ja auch PV-Planung. Der plant sogar noch das Dach mit voll. Das mache ich nicht, weil das ist für mich Aufgabe des Solateurs oder des Installateurs. Aber das ist auch, wie gesagt, er macht das halt gerne und dann macht er das bei euch dann auch. Ich mache es jetzt ein bisschen anders. Ich helfe mir in dieser Angebotsphase. Das ist also, denke ich, vielleicht meiner Meinung nach das Wichtigste, dass ihr die richtigen Angebote bekommt und da vielleicht ein paar Euros einsparen könnt. Keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Aber ich denke, da an der Stelle zu sparen, das ist der falsche Weg. Und in diesem Sinne, Ciao, ciao!